Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei TrickPC und unserem nächsten Retro-Test. Der Zalman-Test hat euch ja so gut gefallen, dass wir dachten, wir machen das einfach nochmal und zwar mit einem Klassiker aus dem Hause Arctic, nämlich der Freezer 64 Pro, der damalig wohl attraktivste und weit bekannteste Athlon 64 Kühler. Die Älteren unter euch hatten sicher auch mal so eine CPU zu Hause, unter anderem auch ich und wir schauen uns heute mal an, was dieser über ein Jahrzehnt alte Kühler auf einem AM4-System mit einem 2700X noch alles so drauf hat. Und bevor wir immer gleich mit dem Test loslegen, freuen wir uns natürlich über eure Unterstützung in Form eines Abos, eines Daumen nach oben und auch wenn ihr die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr keines mehr unserer Videos und jetzt geht's los mit dem Test des Arctic Freezer 64 Pro. Der Arctic Freezer 64 Pro kam meines Wissens nach circa 2005 auf den Markt. Nagel mich nicht fest, ihr könnt mich gerne verbessern, wenn die Jahreszahl nicht so ganz stimmt, ist also allerdings schon ein etwas älterer Kühlkörper. Ich habe mir damals selber einen gekauft, als ich mir meinen ersten Athlon 3700 Plus gekauft habe. Das war ja damals so das Nonplus Ultra für den heimischen Gaming-PC als Gegner zum Pentium 4. Damals hieß es immer, Athlon 64 für den Gaming-PC benutzen. Das ist leider nicht mein Kühler, ich habe den über die Jahre mal irgendwie verlegt, verloren. Keine Ahnung, warum habe ich mir den hier neu gekauft, in Anführungszeichen bei Ebay, für sage und schreibe 6 Euro, damit wir hier den Test dann für euch machen können. Der Kühler kam damals für circa 25 bis 30 Euro auf den Markt, soweit ich mich da noch dunkel erinnern kann. Es ist ein Einzelturmkühler mit einer Höhe von knappen etwas unter 13 Zentimetern, passt also auch in kleinere Gehäuse rein. Es ist ein Standardaufbau Einzelturmkühler, wir haben Aluminium-Lamellen oben für die Wärmeabgabe und entsprechend drei Heatpipes im 6mm-Durchmesserformat und eine Kupfer-Bodenplatte auf der Unterseite, die die Abwärme vom Prozessor aufnimmt und das Ganze an die Lamellen dann abgibt. Eine Besonderheit an diesem Kühlkörper für damalige Verhältnisse der Lüfter selbst ist eine hauseigene Anfertigung von Arctic, der ist quasi in dieser Kunststofffassung, die ihr vorne draufklippen könnt, fest drin fixiert. Es ist ein 92mm-Lüfter mit einer Umdrehungszahl von Arctic 900 bis 2400 Umdrehungen und es geht runter bis knapp unter 400 Umdrehungen und pendelt sich dann maximal bei 2460 Umdrehungen ein, wie ihr auch hier im Diagramm entnehmen könnt. Was beim Lüfter zudem sehr interessant ist, für damalige und auch für heutige Verhältnisse hat man auf ein interessantes Antivibrationsset gesetzt. Der Kühler selbst schwebt nämlich quasi an einer Guminoppe und einer Gummimatte am eigentlichen Rahmen dran. Das hat den Vorteil, dass er auch bei hohen Drehzahlen dann schwingungsfrei agieren soll, was im Endeffekt dann auch in einem ruhigeren Betriebskreuz münden soll. Wie gesagt, interessante Technik für damalige Verhältnisse und auch heute, wenn man sich das nochmal knapp 15 Jahre später ansieht. Was auch sehr interessant ist am Kühlkörper, damals natürlich schon PWM und auch das Kabel war damals schon schwarz gesleeved. Allerdings nicht wie heute mit so einem Kunststoff-Sleeved, sondern das war damals glaube ich so ein bisschen Richtung Gummi-Textil-artig. Hatte den Nachteil an der Sache, dass er relativ stark Staub angezogen hat, wenn ihr da am PC ein Problemchen hattet. Das allerdings nur am Rande erwähnt. Und den Abschluss nach oben bildete damals einfach die letzte Aluminium-Lamelle. Da waren die Heatpapetten entsprechend auch einfach abgeschlossen, ohne Kappen, ohne Firlefanz. Sieht heute immer noch schick und einfach ein bisschen rustikal aus. Ist allerdings eine Geschmacksfrage. Viel interessanter noch, bevor wir zu den Temperaturen und der Lautstärke kommen, natürlich. Wie passt denn jetzt der Kühler eigentlich auf einen modernen AM4-Sockel? Nun, Arctic hat damals sich auch gedacht, wir setzen auf die Rotation-Modul-Fixierung. Sprich, der wird einfach eingehängt. Wir haben an der Seite hier einen entsprechenden Kunststoffhebel, was das Ein- und Aushängen wirklich sehr einfach gestaltet. Und somit könnt ihr den auch problemlos, wenn ihr noch einen zu Hause habt, den problemlos bei euch auf ein modernes AM4-System draufpacken. Vorausgesetzt, ich habe das Retention-Modul noch zu Hause rumfahren. Thema Arbeitsspeicherkompatibilität. Der erste Arbeitsspeicherslot bei ATX und Micro-ATX-Boards wird überragt. Da könnt ihr Module mit einer knappen Höhe von über 4 cm drunter packen. Ansonsten sind die Arbeitsspeicherslots noch oben frei. Solltet allerdings natürlich darauf achten, wenn ihr den Kühler einsetzen möchtet, dass der Rahmen jetzt nicht allzu hoch ist, denn der Lüfter muss ja noch ein bisschen Luft ziehen. Dann kommen wir wohl zum interessanten Part, nämlich was leistet denn der Arctic Freezer 64 Pro heutzutage noch? Und da muss man sagen, er hält sich mit maximaler Drehzahl noch wirklich sehr gut im Vergleich zu moderneren Kühlkörpern. Da gibt es an der Kühlleistung absolut nichts auszusetzen. Wenn man die Drehzahl reduziert, dann steigt die Temperatur ab einer geringeren Drehzahl relativ stark an. Das ist dann so bei 50% der Fall, ist allerdings nicht weiter dramatisch. Wie gesagt, ist ein etwas älterer Kühlkörper. Mit 70% Lüfterleistung könnt ihr damit immer noch ordentliche Temperaturen erhalten. Wir haben jetzt mit dem 2700X hier natürlich auch nicht gerade ein sonderlich sparsames CPU-Modell bei uns im Testsystem. Wenn ihr kleinere Ryzen-Prozessoren verwendet, die eine geringere Abwärme produzieren, dann könnt ihr mit dem Kühler in unseren Augen problemlos noch euren PC betreiben. Vor allen Dingen auch, wenn ihr natürlich ein bisschen Airflow im PC-System habt und wenn ihr nicht unbedingt Overclocking machen möchtet. Dann ein weiterer interessanter Punkt. Kommen wir mal zum Thema der Lautstärke noch im Verhältnis natürlich wie immer zu den Temperaturen. Mit maximaler Drehzahl ist der Kühler hörbar aus dem System wahrzunehmen. Ist für moderne Verhältnisse ein guter Wert, den wir jetzt hier bei uns gemessen haben mit 100% Lüfterleistung bei 2400 Umdrehungen und ein paar weitere Umdrehungen. Gilt es von unserer Seite nichts daran auszusetzen. In einem geschlossenen Gehäuse wird das Ganze natürlich nochmal ein bisschen leiser. Sehr interessant wie immer ist die 70% Marke. Da wird der Kühler deutlich hörbar und auch messtechnisch leiser. Da könnt ihr ihn auch problemlos in einem geschlossenen Gehäuse einsetzen. Da vernehmt ihr nur noch ein ganz leichtes Lüftergeräusch, wie man das auch von moderneren Kühlern kennt. Temperaturen sinken hier im Vergleich wie angesprochen ein bisschen ab zu den moderneren Kollegen. Nichtsdestotrotz ist das für einen über 15 Jahre alten Kühler eine wirklich beachtliche Leistung. Und da gibt es von unserer Seite auch an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Der Arctic Freezer 64 Pro war damals der Klassiker für AMD Athlon 64 Prozessoren. Und heutzutage reiht er sich auch grandios, kann man eigentlich sagen, in diese Klassikerrolle ein. Auch 2021 kann man mit diesem CPU-Kühler noch immer eine moderne Ryzen CPU auf einem AM4-Sockel kühlen. Das liegt nicht zuletzt an der Retention-Modul-Montage, sodass er auch natürlich auf die neuen Sockel draufpasst. Die Kühlleistung ist wirklich gut für das Alter des Kühlers und auch an der Lautstelle gibt es soweit von unseren Sachen nichts weiter auszusetzen. Haben wir euch ja bereits gerade erläutert. Ihr müsst natürlich bei einem älteren Kühler ein paar Abstriche in Kauf nehmen. Keine Beleuchtung im Sinne von ARGB oder generell Allgemein-RGB, Arbeitsspeicherkompatibilität kann eingeschränkt sein. Und ihr könnt ihn natürlich nicht mit Sicherheit auf noch neueren Sockeln weiterverwenden. Dennoch für einen Preis von 6 Euro, den wir jetzt für diesen Kühler bezahlt haben und auch bei kleineren Ryzen-Prozessoren ist er sicher auch eine preiswerte und günstige Alternative zu anderen Kühlern, die es so auf dem Markt gibt. Ja, das wäre es soweit von uns mit unserem zweiten Retro-Test. Wir hoffen natürlich, der hat euch wieder gefallen. Wir freuen uns in diesem Sinne auch immer sehr über einen Daumen nach oben, ein Abo und auch wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keines mehr unsere Testvideos und schreibt uns doch auch gerne Fragen oder Kritik, Anregungen unten unter dieses Video. Da freuen wir uns entsprechend auch immer sehr drüber. Solltet ihr Bock auf mehr solche Retro-Tests haben, wo wir ja so die Tendenz dazu sehen und ihr habt selber noch zu Hause was rumliegen an älteren Kühlprodukten, sei das jetzt eine alte Ayo oder auch gerne eine alte Luftkühlung, dann schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Wir schauen mal, dass wir da entsprechend dann mit der Community einfach ein bisschen was machen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal bei TweakPC.